Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier zusammen mit Kajan Özgens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur von Business Insider. Kajan, heute geht es um die katholische Kirche und Franz-Peter Thebarzt von Elst. Ja, das ist ja ein ganz langer, komischer Name. Viele kennen ihn unter dem Namen Protzbischof. Bevor wir gleich in den Fall einsteigen, haben Solveig und ich vorher darüber gesprochen und haben gesagt, also wir gehen natürlich heute auch hart mit der Institution Kirche ins Gericht und legen den Finger in die Wunde. Aber eben wichtig für uns nochmal zu sagen, es geht um die Institution katholische Kirche. Es geht uns heute nicht darum, die Gefühle oder den Glauben von Menschen zu verletzen, auf gar keinen Fall. Wir versuchen uns da wirklich objektiv an der Wirtschaftskraft katholischen Kirche zu orientieren. Ja genau, weil das ist ja schon ein sehr emotionales Thema und meine Schwiegertmutter zum Beispiel, die ist ganz katholisch. Die kommt aus Osnabrück und für die ist es ganz normal, jeden Samstag oder Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und da kann man keine Scherze machen oder irgendwelche blöden Sprüche in Bezug auf die katholische Kirche. Und das haben wir uns irgendwie ein bisschen vorgenommen, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind. Aber natürlich in der Sache wie immer klar. Genau, richtig. So und ich habe schon gesagt, heute geht es um die Causa Franz Peter Thebarts van Elst. Das ist ein Name, den man sehr schnell falsch schreiben kann. Und ja, du hast schon gesagt, man nannte ihn den Prunkbischof oder den Protzbischof von der Lahn, weil da kommt er ja her, aus Limburg. Das ist bei der Lahn. Das ist in der Nähe von Frankfurt in Hessen. Genau. So nördlich. Zwischen Koblenz und Gießen, glaube ich. Ja, genau. Und das ist erzkatholisch natürlich. Genau. Und 2013 hat diese Causa nicht nur Limburg erschüttert, sondern ganz Deutschland und vor allen Dingen auch empört und hat eine Debatte über die katholische Kirche als Institution und die Zeit, wie zeitgemäß das überhaupt heute noch ist, losgetreten. Er war einst einer der jüngsten gefeierten Bischöfe überhaupt, ein konservativer Shootingstar der Szene, galt er. Und ja, er ist dann aber gefallen über die hohen Kosten für den Bau seiner Bischofsresidenz. Wir wissen mittlerweile, haben die über 31 Millionen Euro betragen, diese Kosten. Und das war am Anfang nicht ganz so abzusehen. Nee, am Anfang haben sie zwei Millionen zurückgelegt. Und dann ist es total viel geworden. Und das klären wir heute auf. Das ist wirklich ein spannender Krimi. Genau. Und er wurde deswegen Protzbischof genannt. Und dieses Wort hat es tatsächlich deswegen sogar im Jahr 2013, als diese Causa hochgekocht ist, auf Platz zwei der Liste für Wort des Jahres geschafft. Und ja, zeigt, glaube ich, wie wichtig diese Debatte für Deutschland in diesem Jahr war. Und losgetreten wird dieser Fall im Jahr 2012 von einem Bericht des Spiegels. Im Jahr 2012 veröffentlicht das Nachrichtenmagazin der Spiegel diesen Artikel und diese mitgeschnittene Unterhaltung mit Franz-Peter Theberst von Elz, damals auch schon Bischof in Limburg. Und ja, für diese Causa interessiert sich dann auch später die Hamburger Staatsanwaltschaft, der Verdacht, er soll erste Klasse nach Indien geflogen sein und soll aber darüber gelogen haben. Und darum ging es dann eben auch. Und das alles, diese ganze Causa am Anfang, wo es ja eigentlich um was ganz anderes geht, noch nicht um diesen Bau, das ruft so die Medien auf den Plan, da mal ein bisschen näher hinzugucken, was da in Limburg eigentlich passiert. Und dann kommen sie ja relativ schnell auf diesen, ja, Bistumsbau. Ja, und dann wird es dann immer deutlicher, dass es wirklich ein Bauskandal ist. Wir hatten ja letztes Mal den BER-Bauskandal. Da gibt es ein paar Parallelen, so nach dem Motto, dass man nicht richtig geplant hat und während des Baus noch umgebaut hat. Aber natürlich ein komplett anderer Fall. Aber diese ganze Geschichte ist halt nicht nur ein Bauskandal gewesen, sondern du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es ging dann wirklich um alles. Es ging nämlich um die katholische Kirche, wie zeitgemäß ist sie noch? Zu der Zeit, kurz davor, sind dann auch diese ganzen Missbrauchsfälle, auf die wir heute übrigens nicht eingehen, weil das ist dann doch sehr, das ist natürlich, es hat viele Leute betroffen, aber spielt jetzt in so einem Wirtschaftspodcast dann nicht so eine Rolle. Auf jeden Fall waren die Leute aufgewühlt durch diese verschiedenen Sachen und es war halt auch so, dass Papst Franziskus kurz vorher ins Amt gekommen ist. Und der hat sich ja generiert als der Papst für die Armen und hat auch alle aufgerufen, insbesondere die Bischöfe, zu sagen, wir müssen wieder die Kirche für die Armen sein. Demut, Bescheidenheit, solche Begriffe sind dort gefallen und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was der Bischof von Limburg gemacht hat. Ganz wichtig, dass du das sagst mit dem Papst Franziskus, weil davor war ja auch ein anderer Papst, Papst Benedikt, der hatte eine etwas andere Ansicht der Dinge und dieser Papst Franziskus hatte sich dann ja auch hingestellt und gesagt, ich möchte eine arme Kirche für die Armen. Also auch selber hat der auch ganz bescheiden gelebt, hat das vorgelebt und deswegen wollen wir uns jetzt hier einmal zuerst mit den Finanzen der Kirche beschäftigen und einmal so ein bisschen vorab festlegen, wie reich ist denn die Kirche eigentlich, Kajan? Die Kirche und das Geld, das ist natürlich eine, ja man muss ja sagen, einfach eine 2000 Jahre alte Geschichte und die Kirche ist natürlich unglaublich reich. Es gibt Schätzungen über die katholische Kirche, dass sie etwa ein Vermögen von 170 Milliarden Euro hat. Das ist natürlich immer schwierig, weil es sind sehr viele, ja natürlich große Anlagen, Gebäude, Grundbesitz, also die katholische Kirche ist der größte Grundbesitzer in Deutschland mit 830.000 Hektar, den der Kirche gehört. Sie haben natürlich auch die ganzen Kirchen, lassen sie natürlich auch jetzt vermögensmäßig nicht so einfach beziffern, aber was natürlich auch total spannend ist, die Kirche ist halt auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Genau, als Arbeitgeber zum Beispiel, also allein die ganzen Kindergärten, Krankenhäuser, all sowas und ja, dann ist natürlich auch noch ein ganz großer Faktor die Kirchensteuer. Und ich kann nur von mir selber sagen, ich bin nicht gläubig, ich bin damals, als ich dann meinen ersten Job hatte und das erste richtige Geld verdient habe, bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil ich auch, ja, die Kirchensteuer nicht mehr bezahlen wollte. Und du hast da mir eine ganz interessante Zahl erzählt. Ja, also es ist halt so, dass natürlich in den letzten Jahren auch durch diese ganzen Skandale in der katholischen Kirche die Zahl der Kirchenmitglieder stark zurückgegangen ist, also die Kirchenaustritte, aber dass es sich nicht ganz so extrem auf die Finanzen niedergeschlagen hat. Und das hängt damit zusammen, dass sehr viele reiche Menschen nicht aus der Kirche rausgehen und 15 Prozent der Kirchenmitglieder zahlen drei Viertel der gesamten Kirchensteuer. Und weil es ist ja ganz oft bei, wenn da so ein Skandal wieder hochkommt, heißt es, ja, da gibt es wieder in dem Bistum ganz viele Kirchenaustritte, aber das schlägt sich nicht so stark nieder auf die Finanzen. Also um mal einen Einblick zu bekommen, was so ein Bistum, es gibt übrigens, genau, das ist aufgeteilt, wir müssen heute auch ein bisschen was erklären, weil da tauchen Begriffe auf, die im normalen Sprachgebrauch, die kennen wir halt nicht. Ich musste da sehr viel googeln, deswegen werdet ihr jetzt hier zwischendurch immer ein kleines katholisches Einmaleins hören. Ja, und jetzt fangen wir mit Bistum an. Es gibt 27 Bistümer in Deutschland und das größte Bistum ist das Erzbistum Köln. So, und jetzt habe ich mal ein paar Zahlen hier, was eigentlich das Bistum ausmacht. Kein setzt jetzt wieder seine Brille auf. Ich setze meine Brille auf, das ist, wenn ich, wenn ich, ich sehe sonst überhaupt nichts. Also, das Erzbistum Köln hat zum Beispiel Wertpapieranlagen, finde ich super interessant. Ah, also viele Aktien und so. Ja, aber wohl festverzinsliche, nicht so Risk-Geschichten, in Höhe von drei Milliarden Euro. Köln hat 5000 Immobilien in deren Besitz. Die haben dann zum Beispiel auch 65.000 Beschäftigte, vor allen Dingen die Caritas. Das ist ein riesen, ist mit der größte Arbeitgeber. Die haben insgesamt in Deutschland 600.000 Beschäftigte. Also insbesondere natürlich Krankenhäuser, Altenpflege, Schulen, Kindergarten. Und was ich auch interessant fand, ist, dass die katholische Kirche und die evangelische Kirche zusammen, die erzielen etwa einen Jahresumsatz von über 120 Milliarden Euro. Und der liegt so hoch, und da sehen wir jetzt mal, wie die Dimension ist, wie die deutsche Autoindustrie. Wahnsinn. Also ein riesen, ein riesen Faktor. Und das Interessante ist auch, dass erst, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, erst durch diesen Skandal in Limburg auch viel mehr von diesen Finanzen offengelegt worden sind, weil die Bistümer da sehr stark unter Druck und in Erklärungsnot gekommen sind. Also das ist natürlich eine ganz große Nummer, aber die Transparenz, das werden wir besonders in diesem Limburger Fall sehen, die ist nicht besonders groß gewesen über ganz, ganz langen Zeitraum, weil da gibt es auch so einen Schattenhaushalt, Sollwahl. Genau, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Also zum einen gibt es das sogenannte Bistumsvermögen. Das hast du jetzt zum Beispiel einmal dargelegt von dem Erzbistum Köln. Das ist das, was im Prinzip mit der Kirchensteuer gefüllt ist, wo die reingeht. Und das ist ein bisschen transparenter, weil das durch Kirchensteuergremien kontrolliert wird. Also da hat man schon auch noch Zugriff drauf. Manche Bistümer haben das jetzt auch veröffentlicht, vor allen Dingen auch nach diesem Skandal. Und dann gibt es aber noch separat den bischöflichen Stuhl. Das hört sich ja erst mal komisch an. Ja. Ist aber, hat gar nichts mit dem Stuhl zu tun. Nicht wirklich. Es ist aber quasi an den Stuhl des Bischofs gebunden. Also theoretisch kann der Bischof darüber verwalten. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wie wir in Limburg gesehen haben. Und das ist so eine Art Schattenhaushalt, weil das über Jahrhunderte teilweise angehäuft wird. Und das ist eben ja nicht so transparent wie dieses Bistumsvermögen, weil es gibt darüber nicht so starke Kontrollgremien, die darüber herrschen. Und da fließen zum Beispiel rein, auch Immobilien, aber auch Aktienbesitz, Stiftungen, Erbschaften und sowas. Und der bischöfliche Stuhl in Limburg zum Beispiel. Ich glaube, das waren ungefähr 100 Millionen, die da drin sind. Ja, zumindest zur Übergabe des Bischofsamtes drin gewesen sein sollen im Jahr 2007. Ja, und da ist es jetzt auch nicht so, dass es da eine richtige Finanzaufsicht gibt. Du hast es gerade schon gesagt. Das Interessante ist ja, der Bischof ist ja eigentlich nur dem Vatikan verpflichtet. Genau. Der Papst ist quasi der, in Anführungsstrichen, Vorgesetzte. Genau, richtig. Der muss ja nur den Bericht erstatten. Und das ist, da kommen wir später aber auch nochmal drauf, da will ich jetzt nicht zu weit weggreifen. Die haben quasi so ein eigenes Rechtssystem. Ein Kirchenrecht. Und das Finanzamt hat zum Beispiel, oder die Vermögensverwaltung hat darauf auch gar keinen Zugriff auf diesen bischöflichen Stuhl. Sehr, sehr spannend, wird auch für später noch relevant. So, jetzt haben wir einmal erzählt, warum wir eigentlich überhaupt in diesem Podcast hier darüber sprechen, weil es eben ein riesen Wirtschaftsfaktor ist. Aber wir wollen ja jetzt auch auf unseren Protagonisten kommen. Franz-Peter Thebatz von Elst. Wie ist der aufgewachsen, Kajan? Also, der ist 1959 geboren. Der kommt natürlich aus einer gläubigen Ecke. Niederrhein, der Ort heißt Twistede. Genau, das ist ein Stadtteil des niederrheinischen Marienwallfahrtsortes Keveler, falls ich das richtig ausspreche. Ja, und da wächst er auf in guten Verhältnissen, muss man sagen. Die Eltern sind Bauern, aber Großbauern. Wohlhabend. Wohlhabend und die Mutter hatte sich wohl erträumt, weil die war besonders gläubig, dass er diesen Weg als Priester einschlägt. Und er hat dann, übrigens er hat einen Bruder, der eine Bruder, der betreibt einen Freizeitpark dort im Niederrhein und der andere ist Psychiater geworden. Also alle sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich und ehrgeizig und sein erster Berufswunsch, fand ich sehr interessant, war eigentlich Architekt. Ihm wurde ja auch immer wieder nachgesagt, dass er ein gutes Auge für Ästhetik hatte, wird später auch nochmal wichtig. Und er geht dort im Niederrhein zur Schule, macht das Abitur, ja und dann entscheidet er sich Theologie zu studieren und macht es in Freiburg und in Münster. Genau, und Philosophie. Und Philosophie auch und ja und gilt auch so ein bisschen als ein Intellektueller. Absolut. 1985 hat er dann die Priesterweihe empfangen im Dom zu Münster. Da geht dann im Prinzip seine Karriere so richtig los und danach folgen dann so diese Kaplansjahre. Und er ist aber sehr stark auch in der wissenschaftlichen Geschichte unterwegs, also Forschung, betreibt auch Forschungsreisen nach Amerika, ist dort auch sehr begeistert von der katholischen Kirche dort, wie auch diese Gottesdienste so als Event gefeiert werden, kommt dann zurück, promoviert, habilitiert, wirklich ein Schritt nach dem anderen. Ich meine, das ist natürlich auch ein großer Schritt, Priester zu werden. Also du entscheidest dich ja dafür, dass du ja auf bestimmte Sachen, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, verzichtest. Sex zum Beispiel. Sex zum Beispiel. Oder einen Lebenspartner zu haben. Einen Lebenspartner und man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass da einiges auch ein bisschen, ja, verlogen abläuft. Wenn ich das einmal ganz kurz hier zwischendurch erzählen darf, weil meine Frau kommt ja auch aus einer katholischen Familie und ihr Onkel, der ist dann auch Priester geworden. Und von dem hat sie dann erfahren, dass eigentlich die meisten, die dann auch an der Universität arbeiten als Priester und dort eigentlich, die sind ja Professoren, Theologie-Professoren, dass die meistens ein Verhältnis haben mit einer Frau. Also ein Doppelleben. Ein Doppelleben, aber das wird nicht an die große Glocke gehängt. Aber wenn du das dann machst und diese Frau heiratest, bist du halt raus. Das war bei dem Onkel so. Also, aber unser Protagonist entscheidet sich dafür, Priester zu werden. Das hat ja auch so was ganz Besonderes. Diese Weihe, da wirst du gesalbt. Das ist ja so eine Prozession, so ein Ritual, was da vollzogen wird. Und dann bist du natürlich so ein bisschen so der auserwählte Gottes. Ja, du wirst ja Teil des Klerus. Genau, richtig. Und da kann ich auch verstehen, dass da ein, also es ist ja per Definition schon eine Abgrenzung zu dem normalen Volk, in Anführungszeichen, dass diese Kleriker oder der Klerus dann, ja, die Gesandten Gottes quasi sind und auch die Abgesandten des Papstes, des Vatikan. Und dann, genau, und das war dann irgendwann auch Franz-Peter Thebert van Elst. Und später wird er dann ja auch zum, erst zum Weihbischof und dann zum Bischof. Ich meine, zu verstanden zu haben, dass da ein Unterschied ist, aber noch nicht gleich in Limburg. Also, ich möchte noch einmal kurz sagen, wenn ich hier Fehler mache, dann tut mir das wirklich sehr leid. Ich habe mein Bestes gegeben, in der katholischen Kirche durchzuschrecken. Wir haben uns wirklich ganz tief eingestiegen. Und wenn es da einen Fehler gibt, verzeiht es uns bitte. Ihr dürft uns dann wirklich sehr gerne korrigieren. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich gebe mein Bestes. Er wird Bischof in Münster. Also, Bischof ist ja quasi das Höchste, was du hier werden kannst. Und du wirst dann ja auch vom Papst ernannt als Bischof. Ja, persönlich. Der kommt dann ja sogar teilweise auch vorbei, ne? Ja, ich glaube, hier ist er nicht vorbeigekommen, aber du kriegst eine Ernennungsurkunde. Ja, genau. Vom Papst, der kommt vorbei, ist vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt. Aber auf jeden Fall ist das jetzt auch so ein besonderes Ritual, was da abläuft. Dann knien dann Leute wieder, dann nieder vor dir. Du kriegst als Bischof, kriegst du die Mitra. Das ist der Bischofshut. Und du kriegst dann einen Bischofsring. Der war bei ihm gefertigt aus den Eheringen seiner Eltern und ich glaube des verstorbenen Großvaters. Ja, und dann kriegst du auch noch einen Stab, einen Bischofsstab. Also, das hat schon sowas. Du wirst ja richtig, das ist eine Rieseninszenierung natürlich, die da stattfindet. Dann knien da Leute vor dir nieder. Und das ist halt ja auch diese besondere Stellung als Bischof. Das ist ja so eine Art Alleinherrscher dann dort in diesem Bistum. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und deswegen gucken natürlich alle Gläubigen zum Bischof auf. Also, das ist eine Institution, eine Instanz ist der Bischof. Also, das ist gerade natürlich für die Gläubigen, was der Bischof sagt, das stimmt. Das ist quasi der Verkünder der absoluten Wahrheit. So wird er wahrgenommen. Genau, und zum Beispiel da in Münster, habe ich aufgeschrieben, hatte er dann, war er für 500.000 Katholiken zuständig. Das sind echt viele Menschen und die hast du dann da quasi unter dir. Und rückblickend war seine Zeit in Münster auch schon wichtig für unseren Fall, weil es da auch schon Warnzeichen gab. Und zwar hat er sich da auch schon seine Residenz umbauen lassen mit gewissen Wünschen. Zum Beispiel gab es einen roten Teppich, der da eingelassen wurde. Es gab eine extra, eine Bibliothek im Keller, die er sich hat einbauen lassen. Ein neues Bad mit einer besonderen Badewanne. Da scheint er auch eine Vorliebe für gehabt zu haben und eine Treppe in den Garten. Und das hat dann insgesamt eine halbe Million nochmal gekostet. Ja, das ist ja auch Wahnsinn. Du hast dann natürlich, du lebst dann in diesen Residenzen. Die meisten Bischöfe leben natürlich in prachtvollen Residenzen. Also dieser Glanz, der Prunk der Kirche, das hat natürlich auch was ganz Besonderes. Und dann hast du halt Personal für alles. Ja, aber einige leben auch in so kleinen Priesterseminaren. Ja, zum Beispiel der Bischof von Limburg. Der Alte. Der Alte, Franz Kamphaus. Der Vorgänger von Tebats von Els, der galt als besonders bescheiden und ist da teilweise auch mit dem Fahrrad durch Limburg gefahren. Und hat da jetzt nicht so darauf geachtet, ob der einen großen Dienstwagen hatte und eine besonders prachtvolle Residenz. Aber es gibt da halt, noch ganz kurz zu diesem Personal, da gibt es halt Leute, die sind dann einfach dafür zuständig, dir den Bischofshut aufzusetzen. Die nehmen dir halt alles ab. Also du wirst natürlich, und das ist natürlich auch gefährlich für dich als Persönlichkeit, du wirst ja hofiert. Also viel mehr als ein König oder Kaiser, du bist halt die größte Instanz für die Gläubigen und bist natürlich auch eine moralische Instanz. Das ist auch eine Vorbildfunktion. Aber du lebst natürlich dort in prachtvollen Residenzen meistens. So, dieser Franz Kamphaus in Limburg, der hat eher bescheiden gelebt und dann ist der Tebats von Els Ende 2007 nach Limburg berufen worden. Und dann Anfang 2008, als der Bischof von Limburg ernannt worden. Du wirst dann übrigens auch gesalbt. Das ist ja auch noch was Besonderes. Also da finden natürlich Sachen statt, die, was ich eben schon gesagt habe, es hat so eine, ist so was wie, so eine Inszenierung ist das. Absolut. Und er war auch schon sehr früh Fan von großen, prunkvollen Prozessionen, Gottesdiensten, fand das auch da schon sehr toll. Auch da wieder sein Auge für Ästhetik. Und er ist dann mit 48 Jahren der jüngste deutsche Diözesanbischof. Oh, Diozese. Ja, Diözesanbischof. Weil die Diozese, das ist wiederum der Verwaltungsbezirk. Genau. Und da war er der zuständige Bischof. Richtig, genau. Von Limburg. Was wir alles lernen, also was ich alles in der Vorbereitung gelernt habe, weil ich ja jetzt nicht der, muss ich ja ehrlicherweise sagen, nicht der gläubigste Mensch bin, ist schon interessant. Das ist so ein bisschen Parallelwelt auch, die da stattfindet bei der Kirche. Für mich auch total, auch wirklich viele Begriffe, die ich noch nie gehört hatte. Und obwohl man Religionsunterricht in der Schule und alles hatte, aber ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu lange her. Jedenfalls mit 48 Jahren wird er der jüngste deutsche Diözesanbischof und hat eine eher konservative Amtsführung, wird ihm nachgesagt. Weil er hat sich da auch immer natürlich dann auch mit vielen anderen Geistlichen auch ausgetauscht oder diskutiert. Und da gibt es natürlich andere Ansätze. Die anderen sind vielleicht ein bisschen progressiver. Aber er war da sehr konservativ und macht dann erstmal viele Reformen seines Vorgängers wieder rückgängig. Ja, ganz anders. Und er ist halt auch jemand, der dann sehr viel Wert darauf legt, wie er da vorfährt. Er hatte nämlich so eine dunkle Limousine mit abgedunkelten Scheiben. Und dann hat er extra drei verschiedene Kennzeichen aus Sicherheitsgründen. Da wurde auch echt ein ganz schöner Zirkus gemacht, wenn der dann vorgefahren ist. Ja, zum Vergleich, sein Vorgänger hatte einen alten Golf. Ja, und der ist dann halt so entsprechend auch aufgetreten. Er hat dann auch sehr konservative Positionen vertreten. Hat sich zum Beispiel, als der damalige Bundespräsident Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland, hat er da sofort klar gegengesprochen und hat gesagt, hier gibt es eine christliche Leitkultur. Was man ja aus Sicht der katholischen Kirche verstehen kann, weil der Islam natürlich so eine Art Konkurrenzveranstaltung ist. Und auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass er auch einen Pfarrer abgesetzt hat, weil dieser Pfarrer eine Segnung eines homosexuellen Paares in der Kirche gemacht hat. Und weil er war ganz strikter Gegner von der Homo-Ehe und hat wirklich eine sehr konservative Position gehabt. Aber war auch gleichzeitig, das sagen auch viele, der hat sich dann im Amt des Bischofs auch so hingegen verändert, dass ihm diese ganzen Insignien der Macht sehr wichtig waren und dass er eigentlich so einen sehr starken autoritären Führungsstil als Bischof hatte. Ja, er hat da wirklich ein Klima der Angst kreiert, sagen viele ehemalige Weggefährten aus. Das habe ich auch in sehr, sehr vielen Artikeln gelesen. Ja, und diese Macht ist ihm scheinbar ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und jetzt kommen wir wieder zum Jahr 2012 zu der Ausgangslage des Skandals, zu dem Spiegelartikel, die ihm jetzt erstmals vorwerfen, dass er seine Privilegien ausgenutzt haben soll. Und eben auf einer Reise nach Indien, wo er angeblich die Armen besuchen wollte und irgendwie Gutes tun wollte, dass er der erste Klasse geflogen ist. Und er sagt aber, nein, habe ich nicht. Und hat dann dem Spiegel unwahrbare Berichterstattung vorgeworfen und ist dagegen vorgegangen. Und in dem Zuge sagt er eben auch vor einem Gericht aus und unter Eides statt und lügt. Ja, weil es gab dann natürlich diesen Mitschnitt vom Spiegel. Die haben das ja gefilmt und da war relativ klar, dass ausgerechnet der Bischof die Unwahrheit sagt. Was natürlich überhaupt nicht geht als solch eine so hohe Instanz. Moralische Instanz. Um das kurz abzukürzen, es ist dann rausgekommen, dass es einen Strafbefehl gegen ihn gab, wegen falscher eidesstattlicher Versicherung oder Aussage. Und dann ist das aber eingestellt worden gegen Zahlung einer Summe von 20.000 Euro. Und das fiel in diese Zeit, 2012, 2013 kam diese Geschichte mit dem Spiegel und dem erste Klasse Flug nach Indien zu den armen Menschen hoch. Und da hat man dann plötzlich mal geguckt, was ist eigentlich mit diesem großen Bau, der schon seit längerem dort geplant wird und wo eigentlich aber nicht so richtig viel darüber berichtet worden ist. Also es sollte ein großes, ein Bau entstehen auf dem Domberg dort in Limburg. Das Diözesane Zentrum St. Nikolaus. Ja, und das sollte halt ein Bischofshaus sein und Nebengebäude, eine Privatkapelle, einen Garten. Und anfangs, als es losging, also Tebats von Elz kam 2008 dahin, da ging das gerade los mit den Planungen. Da wurden so um die zwei Millionen für diesen Bau veranschlagt. Im Nachhinein weiß man, das war damals schon viel zu wenig. Kann man sich vorstellen, wir kennen das mittlerweile vom BER, solche Baukosten für so Riesenprojekte schießen dann doch sehr, sehr schnell in die Höhe. Und da es ja auch darum ging, die alten Gebäude da zu ergänzen und zu erhalten, war das eigentlich damals schon viel zu wenig kalkuliert. Aber das war die Zahl, die in der Öffentlichkeit war. Ja, und dann wurden diese Bauten im Sommer 2013 eingeweiht und der Öffentlichkeit präsentiert. Und da wurde dann aber eine höhere Summe genannt. Da war von knapp zehn Millionen die Rede. Und da kam natürlich dann die Frage auf, wie kann das denn sein? Sind da die Kosten so aus dem Ruder gelaufen? Da haben sich natürlich ganz viele Medien dafür interessiert. Eine große Aufregung im Bistum in Limburg, weil natürlich alle gesagt haben, das kann doch nicht angehen. Wir haben den Papst Franziskus in Rom, der sagt die ganze Zeit Demut, Bescheidenheit. Auch die Bistümer mussten natürlich auch sehr stark sparen in verschiedensten Bereichen. Und da wurden da zum ersten Mal deutlich, okay, hier sind die Kosten aus dem Ruder gelaufen. So, und dann stellt sich natürlich auch langsam sein Bistum gegen ihn, beziehungsweise die Gläubigen. Es gibt dann im August 2013 den ersten offenen Brief gegen ihn. Es wird sehr kritisch gegen ihn geschossen. Da haben wir auch nochmal einen Ausschnitt davon mitgebracht. So, und dann geht das gefühlt in diesen Tagen im Jahr 2013 zwischen August und Oktober Schlag auf Schlag. Da kommt jeden Tag gefühlt eine neue Schlagzeile. Jetzt sind es auf einmal bei Medienberichten, die schätzen, Kosten von 15 bis 20 Millionen Euro. Also auf einmal fast das Doppelte. Und dann platzt die Bombe. Und zwar am 7. Oktober 2013. Da gibt dann der Vermögensverwaltungsrat, das waren drei ehrenamtliche Männer, die so eine Art Finanzcontroller dort in dem Bistum waren, eine Pressemitteilung raus, wo sie sagen, es ist alles aus dem Ruder gelaufen, erheben schwere Vorwürfe gegen den Bischof und nennen plötzlich die Summe von über 31 Millionen Euro Baukosten. Und jetzt ist natürlich ganz Deutschland empört. Wie kann das denn sein? Vorher war die Rede von irgendwie zwei Millionen, dann waren wir irgendwie fünf und dann auf einmal zehn. Und jetzt sind wir bei 31 Millionen Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür denn das Ganze? Und da gab es dann ein paar pikante Details, wofür das Ganze ausgegeben werden sollte. Zum einen für eine Privatkapelle, Kostenpunkt 2,9 Millionen Euro. Dann den berühmten Keuteich, was hat der nochmal gekostet? 213.000 Euro hat der Keuteich gekostet. Alleine der ganze Garten, der wurde von Landschaftsarchitekten konzipiert, hat 800.000 Euro gekostet. Aber es waren auch so Kleinigkeiten wie so ein Konferenztisch zum Beispiel, der 25.000 Euro gekostet hat. Es kamen dann halt irre Details raus. Eine freistehende Badewanne von Philipp Stark, dem Star-Designer. Dann ein verglaster Kamin, ein Plasma-Fernseher, der 180 Grad zu drehen ist. Und dann hatte er so ganz besondere Scheiben. Auf Knopfdruck sind die dann von Klarsicht auf Milchglas gegangen. Besondere Scheiben wurden dann auch importiert aus Washington. Es gab eine Wurzelheizung für Olivenbäume. Und also ein Wahnsinn, der da stattgefunden hat. Und das ist jetzt alles Stück für Stück rausgekommen, weil dieser Vermögensverwaltungsrat, ist ja auch ein schreckliches Wort, aber weil die gesagt haben, okay, das haben wir jetzt in den Unterlagen entdeckt. Es hat wohl offenbar, da kommen wir gleich dazu, das ist die spannende Geschichte. Wie kam es überhaupt dazu? In den Unterlagen wurden plötzlich diese ganzen Sachen entdeckt. Und der Bischof, der hat gesagt, ich weiß gar nichts davon. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich nur auf meine Mitarbeiter verlassen. Ich habe das nie gesehen. Genau, das war seine Verteidigungsstrategie. Das hat ihm natürlich überhaupt gar keiner geglaubt. Er hat dann auch ein O-Ton der Bild-Zeitung gesagt, wo er gesagt hat, ja, da kann man schon, ich kann schon verstehen, dass man bei diesen ganzen Summen erschrickt. Aber es waren ja so ganz viele einzelne Bauprojekte und da hatte er auch gar keine genaue Kenntnis davon. Aber Riesenaufregung natürlich. Nicht nur im Bistum Limburg, wo es jetzt nicht nur Kirchenaustritte, sondern Strafanzeigen gegen den Bischof gab, sondern insgesamt dann plötzlich eine Riesendiskussion. Wie kann das sein, dass ausgerechnet ein Bischof, der ja ein Vorbild ist, eine moralische Instanz, so mit dem Geld rumgeht? Und dann auch im Oktober, kurz danach, tritt ein wichtiger Zeuge an die Öffentlichkeit, der sagt, Moment mal, so wie der Bischof sagt, war das gar nicht. Der wusste das alles. Und zwar ist das Jochen Riebel. Und das ist ein Ex-Staatsminister aus Hessen, auch Mitglied der CDU. Und der war eben in diesem sogenannten Vermögensverwaltungsrats des bischöflichen Stuhls. Der sollte also die Geldsummen kontrollieren, die da in dieses Bauprojekt geflossen sind. Und was hat der ausgepackt? Der hat Anfang Oktober mit dem Baumeister, das nennt man den Dombaumeister, der über diese ganzen Unterlagen verfügte, gesprochen. Und er hat sich die Akte angeguckt. Zum ersten Mal sind ihm da die Unterlagen präsentiert worden. Und dann hat er gesagt, das gibt es doch nicht. Dafür das, dafür das, die Summen, über die wir gerade gesprochen haben, für diese Einzelprojekte. Und er hat halt diese wahnsinnigen Kosten gesehen. Und der Dombaumeister ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, es tut mir leid, wir haben sie die ganzen Jahre angelogen und ich habe nur auf Anweisung des Bischofs gehandelt. So, dann kamen wenige Tage später, am 7. Oktober, die entscheidende Sitzung. Der Vermögensverwaltungsrat, diese drei ehrenamtlichen Finanzkontrolleure, sitzen zusammen. Wieder ist der Dombaumeister dabei, aber auch der Bischof. Und dann gehen sie die Akte durch, die einzelnen Posten. Und der Bischof tut so, als wenn er davon gar nichts wüsste und sagt immer, nee, das kann doch gar nicht sein, ich habe diese Informationen überhaupt nicht bekommen. Und dann nimmt sich der Riebel ein Herz und sagt zu dem Bischof, wir müssen uns das ja vorstellen, die große Instanz, der Bischof, den man eigentlich gar nicht kritisieren darf. Der mächtigste im Bistum. Der mächtigste überhaupt, sagt der Riebel zum Bischof, sie sind kein Ehrenmann. Sie sind ein Lügner. Sie können nicht länger Bischof von Limburg sein. Da war natürlich der Bischof, der hat dann nur gesagt, nee, ich habe doch gesagt, ich weiß davon nichts, ist aufgestanden und gegangen. Es ist ja nicht so, dass die Bischöfe jetzt unbedingt so kritikempfänglich sind. Also der ist gegangen und dann gab es natürlich die Rücktrittsforderung, klar. Genau, auch aus den Rängen der Gläubigen. Und dann geht das wirklich in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Kurze Zeit darauf steht eine Reise nach Rom an. Er muss quasi beim Heiligen Stuhl, also im Vatikan, vorsprechen, kriegt eine Audienz beim Papst. Ebenso der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der mittlerweile auch hart gegen Thebats van Elst schießt und ihn sehr hart kritisiert. Und die müssen dann ein paar Tage auf ihre Audienz warten. Und dann am 23. Oktober hat der Vatikan sich entschieden und es gibt eine Pressemitteilung. Und die wird dann im Bistum Limburg vorgelesen. Also der Bischof ist jetzt erstmal raus. Der ist quasi in der Wirtschaft, würde man sagen, suspendiert. Freigestellt. Freigestellt, aber er kämpft. Und es ist auch noch nicht klar, ob er nicht wieder zurückkehren darf. Genau, man darf eines nicht unterschätzen. Der ist natürlich in dieser konservativen Ecke total beliebt. Da gibt es mehrere Bischöfe, die ihn auch verteidigen, auch öffentlich. Und die sagen, das ist eine riesen Medienkampagne gegen den armen Bischof und eine Menschenjagd, die da stattfindet. Und er hat insbesondere im Vatikan wichtige Unterstützer in dieser Zeit. Also der vorherige, der deutsche Papst, wir erinnern uns, wir sind Papst. Papst Benedikt, der ja dann zurück, als erster Papst ja quasi zurückgetreten ist, der hatte immer noch seine Strippen am Ziehen. Und sein engster Begleiter war der Georg Genswein. Den kennt ihr vielleicht auch. Das ist so ein Kardinal, der, sagen wir mal, relativ attraktiv aussieht, wenn man das sagen darf, und aber eine super konservative Stimme ist. Und diese ganzen Ultrakonservativen, die haben den Thebats von Els in der Zeit gestützt. Und die haben gesagt, nein, wir dürfen den nicht fallen lassen. Ja, die haben da zusammengehalten und haben sich gegenseitig da hochgezogen. Ein Wahnsinnsmachtkampf, der da abgelaufen ist. Aber der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Robert Zollitsch, der hatte dann einen Prüfbericht in Auftrag gegeben. Und dann hat die Bischofskonferenz das prüfen lassen, was ist jetzt wirklich in Limburg passiert. Und das manifestiert sich jetzt in diesem Prüfbericht, der von der Kirchenkommission im März 2014 veröffentlicht wird. Und der zeigt eigentlich nochmal auf, genauso wie die Erzählungen von dem Riebel, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist und wie das alles passieren konnte. Und in diesen Sitzungen der Prüfkommission haben sie eigentlich festgestellt, dass es mehrere Verstöße gegen geltendes Vermögensrecht in der Kirche gab. Thebats von Els habe unter anderem versäumt, dem Vermögensverwaltungsrat, dem Riebel angehörte, Rechtsgeschäfte zumindest zur Anhörung vorzulegen. Das war jetzt ein Zitat, hier mal wieder Verwaltungsdeutsch. Und ja, aber auch gleichzeitig sei dieser Vermögensverwaltungsrat, Riebel seinen Pflichten auch nicht ausreichend nachgekommen. Weil der hat ja auch nicht nachgefragt. Der hat ja auch einfach immer alles geglaubt. Hat ja auch nie sich scheinbar gewundert, warum ihm denn da nie irgendwas vorgelegt wurde. Ja, bevor wir darauf kommen, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, aber der Prüfbericht hat ganz klar ausgedrückt, dass die Hauptschuld an diesem Bauskandal beim Bischof, beim suspendierten Bischof lag, weil er immer wieder Änderungswünsche gehabt hat, die sehr teuer waren und er halt diese Anweisungen auch gegeben hat. Also es ist ganz klar, das Ergebnis dieses Prüfberichtes, Teberts von Els ist der Hauptverantwortliche für diesen Skandal um diesen Bau in seiner Residenz. Genau, und er habe auch sich nicht um die Details der Finanzierung kümmern wollen. Er hat immer quasi gesagt, das ist nicht mein Problem. Hat aber auch, es gab sehr viele Dokumente mit seiner Unterschrift. Also es hat sehr, sehr viel darauf hingedeutet und bewiesen, dass er auch immer zu jedem Zeitpunkt über die Kostensteigerung informiert war. Aber das Interessante ist dann schon, wie das alles quasi abgelaufen ist. Das war ja, es ist ja, die Kosten sind verschleiert worden. Und der Bischof wollte das bis zuletzt verheimlichen, weil es hat ja jahrelang funktioniert. Es kam jetzt raus bei diesen ganzen Ermittlungen, dass das System dahinter gesteckt hat. Weil es gibt ja zum Beispiel das Domkapitel. Das Domkapitel ist das größte Leitungs- und wichtigste Leitungsorgan eines Bistums. Das ist quasi so eine Kontrollinstanz. Genau. Und die hat der Bischof ausgeschaltet. Und zwar schon im Jahre 2011 hat er, also zwei Jahre bevor der Bau fertig war, hat er die ausgeschaltet, weil er ein bisschen Angst hatte, das kam dann auch später heraus, dass die vielleicht in die Unterlagen reingucken. Und eine ganz zentrale Figur spielte dann der Generalvikar. Das ist der Franz Kasper, sein engster Vertrauter und im Prinzip so sein Stellvertreter. Dem hat er wirklich alles anvertraut. Und der war dann zuständig für diesen Neubau, einzig und allein mit ihm. Also nicht mehr das Domkapitel. Die hatten auch gar keinen Einblick mehr. Übrigens haben die sich dagegen auch überhaupt nicht gewährt. Ja, das fand ich halt auch echt komisch, weil der Architekt, der damit beauftragt war, der hat dann ja gesagt, es gab eigentlich gar keine große Kostenexplosion, weil das war ja relativ klar. Der Bauherr war der Bischof und dem und dem Generalvikar hat er die Planung vorgelegt. Und es war, er hat sich auch dann gewundert, als es dann zwischenzeitlich hieß, ja, das kostet irgendwie fünf Millionen oder so. Da war klar, dass das über 20 Millionen schon kostet. Also schon von den Planungen her. Aber der Bischof hat den Generalvikar und auch den Dombaumeister, der, der dann später unter Tränen alles gestanden hat, die hat er zu Geheimhaltung verpflichtet. Ja, die mussten wirklich Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen. Und du hast ja vorhin gesagt, der hatte ja so ein Klima der Angst da geschaffen. Und dem Bischof zu widersprechen. Wenn der Bischof sagt, du sagst dazu überhaupt nichts, dann haben die halt das einfach ausgeschwiegen. Das Fiese ist, muss man echt sagen, also der Generalvikar, der spielte natürlich eine Schlüsselrolle. Und als dann der Bischof später unter Druck geraten ist und es alles an die Öffentlichkeit gekommen ist, sagte er so, ja, dann wird der Generalvikar zuständig. Ich habe davon überhaupt nichts gewusst. Der wusste das nur. Also derjenige, der quasi die ganze Zeit die Drecksarbeit für ihn gemacht hat, wurde dann von ihm auch noch als der Schuldige hingestellt. Also nur ganz wenige wussten über die genauen Planungen Bescheid. Und dann hat er es ja auch noch schlau gemacht, dass er auch noch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dazu geholt hat. KPMG, wir kennen sie. Die hatten wir auch schon mal. Keiner prüft mehr, genau. Ja, genau, das ist der Running Gag da. Ja, und die sollten dann die kaufmännische Abwicklung dieses Projekts machen und zum Beispiel auch die Handwerkerrechnungen direkt bezahlen. Und das Geld dafür, das haben dann der Generalvikar, Kasper und der Bischof an ein Treuhänderkonto überwiesen, an die Deutsche Bank. Und von da aus wurde das dann quasi an die Handwerker überwiesen. Und die Rechnungen, die waren versiegelt, sodass da keiner rankommen konnte und dass die dann versiegelt bei KPMG gelandet sind. Und so war halt keine Gefahr da, dass jetzt irgendwo im Sekretariat eine Handwerkerrechnung rumliegt oder so. Das war dann relativ klar, wie das abgelaufen ist. Und das war halt eine totale Verheimlichung und Verschleierung der Kosten, die dann mit Systemen abgelaufen sind. Ja, genau. Also es war ein System. Es war ganz klar taktisch so getimt. Und ja, also der bischöfliche Stuhl, da hat der Bischof aus Limburg hat das Geld hergenommen, weil er hatte dann ja das Domkapitel alles daraus abgezogen und niemand anderes konnte mehr auf dieses Vermögen quasi zugreifen und kontrollieren, außer er und halt seine Ängsten vertrauten. Das waren ja dann nur noch vier Leute. Genau, es waren ganz wenige Leute. Und es war auch gar nicht klar, wie hoch ist eigentlich dieses Vermögen in diesem bischöflichen Stuhl. Interessant ist auch, dass nach diesem Skandal dann mehrere andere Bistümer, wo es ja auch diesen Schattenhaushalt, diesen bischöflichen Stuhl gibt, dann auch preisgegeben hat, wie viele Millionen und teilweise Milliarden da drin liegen. Also in Limburg waren es, glaube ich, roundabout 100 Millionen, die dort zur freien Verfügung nur für den Bischof standen. Das wurde geschätzt. Wir haben keine Bestätigung dieser Zahl. Die ist auch schon ein bisschen älter, von 2008. Aber das war so die Schätzung. Und auch selbst nach diesen 31 Millionen Euro Kosten für diesen Bau soll der Wohlstand des bischöflichen Stuhls immer noch nicht gefährdet gewesen sein. Also da ist noch genug. Und dann sind es alles Einzelprojekte gewesen, die dann so ausgestaltet worden sind. Und die dann halt dem Vatikan, musste das ja zur Genehmigung vorgelegt werden, aber er hatte ja gute Drähte zum Vatikan. Und dann waren das halt so ganz viele Einzelprojekte. Und das war, da hatte man auch nicht so richtig die Übersicht darüber, was dann wirklich an Gesamtkosten aufgelaufen sind. Genau. Und vielleicht noch einmal zu diesem Lügenaspekt. Du hattest schon gesagt, dass von dem Architekten gesagt wurde, es war eigentlich immer klar, dass das super viel kosten würde. Im Jahr 2011 war schon klar, dass die Kalkulation 27 Millionen Euro betrifft. In dem Jahr, zur gleichen Zeit, hat sich Tebats von Els aber nochmal bei einer Pressekonferenz hingestellt und gesagt, ja, das sind 9,85 Millionen Euro wird das kosten. Also da hat er nachweislich gelogen. Und er hat sich dann eigentlich so richtig unter Druck gebracht, natürlich durch die Spiegelgeschichte mit dieser falschen eidesstaatlichen Versicherung, wo man plötzlich, ja, weil vorher hat man doch von dem Bischof von Limburg ehrlicherweise relativ wenig gehört. Die anderen Bischöfe tauchen jetzt ja auch nicht so in den Medien auf. Aber da war plötzlich, stand er plötzlich im Rampenlicht, weil es natürlich ein Riesenskandal war, dass ein Bischof ja die Unwahrheit sagt und da wurde ja auch halt auch ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Das hast du ja auch selten, weil normalerweise wird ja nicht gegen die ermittelt, weil das ja alles Kirchenrecht ist. Und plötzlich stand er im Fokus und dann kam halt diese Geschichte, dass es immer mehr geworden ist an Geldern. Und dann kam ja auch heraus, dass bei den Ermittlungen später, dass es vor allen Dingen die Änderungswünsche vom Bischof waren. Also während des Baus sollte alles Mögliche neu gemacht werden. Da ging es zum Beispiel um einen Adventskranz. Da war schon alles, das Dach war schon alles fertig, der Adventskranz sollte da sein. Aber dann hatte der Bischof den Wunsch, dass dieser an einem besonderen Seil runterhängt, der Adventskranz, und dann musste nochmal das ganze Dach aufgerissen werden. Oder, was ich auch irre fand, weil sein Haus stand ja dort, also die Bischofsresidenz, die stand ja dort auf diesem Domberg. Und das war ja alles Felsen darunter. Ja, kleiner Einschub, schaut euch das ruhig mal auf YouTube an, wenn ihr da einfach Bischofsresidenz Limburg eingebt, dann habt ihr mal einen kleinen Eindruck, wie das eigentlich aussieht. Und dann wollte der Bischof gerne einen unterirdischen Gang von seiner Wohnung ins Büro. Und dann musste halt in diese Felsen das hineingefräst werden, zum Beispiel. Das ist wirklich dekadent. Und das ist natürlich total aufwendig. Ich gucke jetzt nochmal in meine List hier rein, was ich da noch an besonderen Highlights habe, die wir jetzt noch nicht genannt haben, weil da waren wirklich echt einige Geschichten dabei, wo man wirklich einfach nur mit den Ohren schlackert. Also, wir haben schon über die Badewanne gesprochen. Eine weiß gekachelte Sauna, der verglaste Termin, Kamin, der verglaste Kamin, Designersessel. Insbesondere, weil wir gerade über die Umbauten gesprochen haben, aus einem anfangs 147 Quadratmeter großen Bau als Wohnfläche wurde schließlich ein 2000 Quadratmeter großer Komplex. Ein Wahnsinn, der da abgelaufen ist. Dann haben wir auch noch diese Bronze, ja genau, Fensterrahmen in Bronze für 1,7 Millionen Euro. Also ein Wahnsinn. Ach, genau. Und auch der Garten, der wurde auch nochmal komplett neu aufgerissen, obwohl er eigentlich schon fertig war und dann nochmal neu gebaut. Ich glaube, das waren dann irgendwie nochmal 600.000 Euro. Heizbare Natursteine im Kreuzgang fand ich auch unglaublich. Parkett für 488 Euro den Quadratmeter. Also diverse Sonderwünsche dort. Insgesamt wurde das Ganze viermal größer als beim ersten Entwurf. Und eines der teuersten Geschichten waren wirklich diese Kellerräume, die in den Fels gefräst werden mussten. Und jetzt müssen wir aber vielleicht noch erzählen, wie es denn mit Tebatsvonel jetzt eigentlich weitergeht, weil noch ist er ja quasi freigestellt. Es ist ja noch nicht klar, kehrt er zurück oder nicht. Wir sind jetzt im Jahr 2014 und es dauert knapp ein Jahr, glaube ich, bis entschieden wird, dass er nicht mehr zurückkehrt. Ja, sie haben dann einen eleganten Weg genommen, weil er hat wirklich um seinen Posten gekämpft, hinter den Kulissen. Er wollte, also das ist ja diese, der war natürlich auch in einer Wirklichkeit, die total schräg war, weil er hatte das, er hat sich immer damit verteidigt, dass er gesagt hat, er wusste nichts von den Kosten. Jetzt gab es aber diverse Leute wie der Generalvikar und der Dummbaumeister und andere, die gesagt haben oder auch KPMG, die gesagt haben, natürlich war er über die Kosten informiert. Auch der Architekt hat das von Anfang an gesagt. Also man hat ihm da nicht geglaubt, aber er dachte wirklich, und das ist halt so diese besondere Welt, in der er da gelebt hat, dass er das alles überstehen kann und hat dafür gekämpft, Bischof zu bleiben. Und er hatte, wie gesagt, auch ein paar mächtige Unterstützer. Und dann hat man aber gesagt, nein, das geht nicht mehr. Der Vatikan hat das dann entschieden. Also Papst Franziskus, der stand natürlich auch dann total unter Druck, seine Glaubwürdigkeit. Weil wenn er die ganze Zeit davon redet, die Kirche müsse für die Armen da sein, Demut und Bescheidenheit auch wirklich leben, dann muss er natürlich bei so einem Gierbischof, nenne ich ihn jetzt mal, total durchgreifen. Weil da geht es ja auch um seine Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche. Und dann hat man einen Weg gefunden, dass er von sich aus auf das Amt verzichtet hat. Genau, er hat einen Rücktrittsgesuch eingereicht, einen Brief geschrieben. Das war natürlich nicht freiwillig. Da ist halt massiver Druck ausgeübt worden, damit er nicht, ja, abgesetzt wird. Weil das wäre natürlich Rufschädigen, das ist dann natürlich in so einer Institution, ja, das macht man da nicht. Und dann finde ich es total interessant, wie ist man dann mit ihm umgegangen? Was ist das für Konsequenzen? Weil da sind ja wirklich Millionen an Kirchensteuern und Geldern der katholischen Kirche zum Fenster rausgeworfen worden. Und dann war natürlich die spannende Frage, es gab ja Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Limburg. Was passiert jetzt strafrechtlich eigentlich? Gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Musst du irgendwie Geld zahlen, Schadensersatz oder irgendwas? Nichts! Das finde ich wirklich das Erschreckende bei dieser Geschichte. Wie die Kirche auch mit so einer, also die Institution Kirche, mit so einem Fall umgeht. Also die Staatsanwaltschaft Limburg hat den Fall geprüft und hat gesagt, dass das durch das kirchliche Selbstbestimmungsrecht geregelt ist, dass sie das quasi als normalen Fall nicht einschätzen können oder dafür nicht zuständig sind. Das ist Sache des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts. Also hätte die Kirche jetzt den Bischof vor ihr eigenes Gericht stellen können. Hat sie aber nicht gemacht. Der Nachfolger, fand ich total interessant, der Nachfolger hat dann gesagt, ja wir müssen jetzt Schadensersatz vom Bischof, uns von dem suspendierten, gefeuerten Bischof besorgen. Da ging es um eine Summe von über 3 Millionen Euro. 3,9 Millionen, genau. So, dann ist der Nachfolger nach Rom zum Chef geflogen, also zum Papst, und hat gesagt, er hätte gerne Schadensersatz, weil das geht auch hier um die Glaubwürdigkeit und so weiter. Genau, also sie hätten ihn selbst angeklagt wegen des Schadensersatzes, ne? Also nicht vom Vatikan, sondern von Tebats. Das Bistum. Das Bistum wollte ihn vor den Kirchengerichten auf Schadensersatz klagen und hat der Vatikan gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir verschonen. Er wurde geschont, geschützt. Er hat dann auch weiterhin sein Gehalt bekommen, 6.000 Euro im Monat, und hat dann einen neuen Job in Rom bekommen. Ist dann aus der Schusslinie halt geraten. Genau, also da habe ich mich auch gefragt. Er ist, warte, ich habe hier seinen Titel. Er ist geworden zum päpstlichen Abgesandten, wurde er ernannt, 2014. Also echt kurz nach dem Skandal. Und gehört jetzt als Kurienbischof dem Leitungsteam des päpstlichen Rates in Rom an. Klingt für mich eigentlich fast erstmal so ein bisschen wie so eine Beförderung, wenn du da sehr nah am Papst dran bist. Klingt nach einem guten Job. Ja. Er hat das Geld. Er ist dann jetzt auch vor kurzem mal aufgetreten bei einer, hat in einem öffentlichen Auftritt das erste Mal, mit Vollbart übrigens. Man hat ihn kaum erkannt, aber er ist natürlich total abgetaucht. So, und auf der einen Seite kann man wirklich, finde ich, die Kirche da auch kritisieren, wie sie damit umgegangen ist. Ja. Dass sie ihn im Endeffekt verschont hat und einfach nach Rom geschickt hat, also quasi Deckel drauf und gut ist. Auf der anderen Seite gibt es, weil wir haben ja oftmals bei unseren Skandalgeschichten, dass so, dass am Ende so wenig Versöhnliches dabei ist. Und das ist in diesem Fall wirklich anders, weil dieser Protzbischof von Limburg, der hat wirklich die katholische Kirche im Mark erschüttert. Ich habe ja vorhin auch gesagt, da kamen diese ganzen Missbrauchsfälle dazu und dann ging es noch darum, ja jetzt, die Gelder werden einbehalten, keine Transparenz, wird alles verheimlicht. Und dann gab es eine Reaktion der anderen Bistümer, die in der Regel, ich glaube fast alle mittlerweile, ihre Gelder sehr transparent machen. Genau, weil die Diskussion dahinter ist natürlich auch, sollte das Geld, das dann auch eingenommen wird über Kirchensteuer oder über andere Einnahmen erzielt wird, sollte das nicht eigentlich an die Bevölkerung, an die katholischen Gläubigen gehen und den Armen helfen, die dies nötig haben und nicht für solche Zwecke aufgewendet werden. Ich finde zum Beispiel auch total interessant, dass fast alle Bistümer jetzt auch Wirtschaftsprüfer reinlassen und einmal im Jahr ihre von Wirtschaftsprüfern gecheckte Bilanzen vorlegen. Alle? Ja, fast alle. 22 von 27 Bistümer machen das mittlerweile. Die haben halt auch diese Gelder transparent gemacht, die im bischöflichen Stuhl sind und die legen dann jetzt mittlerweile Bilanzen vor, wie so ein Konzern. Und ich habe jetzt eine Bilanz gefunden, das war der Geschäftsbericht aus dem Jahr 2021, der Erzdiözese München Freising. Das ist übrigens das reichste Erzbistum, das reichste Bistum in Deutschland, Vermögen rund 5,5 Milliarden Euro, sprechen wir da. Und die haben dann für im Jahre 2021, klar, so ein bisschen rückläufige Kirchensteuer, aber die haben am Ende einen Gewinn von 17 Millionen gemacht. Wahnsinn. Und wofür wird das ausgegeben? Stand das da auch? Ja, das wird dann schon, natürlich, das fließt dann schon, und das ist ja das Wichtige, in die Arbeit mit alten Leuten, mit Kindern in der Schule, in Kindertagesstätten und so weiter, mit wirklich Bedürftigen. Und das ist ja, glaube ich, der Kern. Und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, da tut ja auch die katholische Kirche und diese Einrichtung, auch die Caritas und so weiter, die tun dann natürlich sehr, sehr viel. Und ohne diese Unterstützung und ohne diese Arbeit in diesem sozialen Bereich, das wäre natürlich eine Katastrophe für unser Land. Und da kann man ja auch am Ende mal sagen, das ist gut, was sie machen. Aber sie werden natürlich auch daran gemessen, weil es natürlich ein hoher moralischer Anspruch ist, auch diese Sozialarbeit und so weiter, dass sie, und das ist natürlich das Wichtige, sehr sorgsam mit den Geldern, die sie zur Verfügung haben, umgehen. Und da ist, es gibt natürlich immer wieder so Geschichten, dass irgendein Bistum sich auch mal verzockt. Das kommt halt vor, aber so ist es halt am Ende des Tages. Aber trotzdem ist es halt so, dass die Bistümer, das dauert natürlich immer ein bisschen bei der katholischen Kirche, geht alles nicht so schnell, aber die sind jetzt wirklich deutlich transparenter, wenn es um ihre Finanzen geht. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das noch erleben. Dass eine Frau Papst wird. Ja, vielleicht auch erst mal Priesterin. Also da sind sie ja auch erst mal raus. Und auch, ob das Zölibat zum Beispiel abgeschafft wird. Ob wir das noch erleben, da bin ich sehr gespannt. Ich will auch noch einen anderen Punkt reinwerfen. Ich bin noch sehr gespannt, wie es auch so mit der rechtlichen Behandlung da weitergeht, weil ich fand das sehr interessant, weil sich doch sehr viele Rechtsexperten da tatsächlich gegen diese Sonderbehandlung dieses kirchlichen Rechts da ausgesprochen haben. Die haben teilweise von einem schwerwiegenden Versagen oder sogar einer Rechtsbeugung gesprochen. Unter anderem die Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski von der Universität Marburg. Aber ich glaube, wir machen jetzt hier Schluss mit Thebats von Elz. Ja, vielleicht noch eine finale Bewertung. Was glaubst du, hat da moralisch letztendlich dazu geführt, dass das so ausgegangen ist, wie es ist? Also ich glaube, dass diese Stellung der Bischöfe einfach zu bedeutend ist, zu privilegiert ist, dass du als Bischof natürlich sehr schnell abhebst. Du wirst hofiert von allen. Und es ist eine ganz zentrale Geschichte, dass diese Bischöfe auch wirklich eine große Nähe zur Basis haben müssen. Da bemühen sich ja auch einige darum. Das muss man ja auch wirklich sagen. Und ich glaube, diese Sonderstellung und dann natürlich auch überhaupt die katholische Kirche und dass die natürlich auch irgendwie überhaupt nicht kritisiert werden dürfen. Das ist ja ein Bischof, der ist quasi fern von jeglicher Kritik. Und das sorgt natürlich dafür, dass es da auch keine Debatte um die gibt oder dass sie diese Debatten im Keim ersticken. Und da ist es, glaube ich, total wichtig, dass diese Reformbischöfe, nenne ich sie jetzt mal, da die Oberhand gewinnen und dafür sorgen, dass die Bischöfe zwar natürlich das Oberhaupt in dem jeweiligen Bistum sind, aber natürlich nicht unfehlbar sind. Genau, dass da vor allen Dingen auch Kontrolle stattfindet. Ich glaube, es waren vor allen Dingen fehlende Kontrollinstanzen und diese falsch verstandene Brüderlichkeit da untereinander und diese Autoritätshörigkeit. Und ich glaube, das waren so diese 13 Punkten, die insbesondere auch zu diesem Klima der Angst geführt haben, dass dann, wie so oft bei unseren Wirtschaftsfällen, dafür sorgt, dass nichts oder lange nichts ans Tageslicht kommt. Das hast du jetzt wirklich perfekt zusammengefasst. Danke, aber halt, stopp, bevor ihr jetzt ausschaltet. Ja, wir haben noch was. Das gibt noch eine wichtige Durchsage. Und zwar gehen wir ja wieder im Mai und Juli auf Live-Tour und ihr könnt ein Meet & Greet mit uns gewinnen. Mit uns beiden. Mit uns beiden. Habe ich dir schon erzählt. Und da könnt ihr uns vor Ort treffen. Für eine halbe Stunde habt ihr uns dann ganz vor euch und wir können über Fälle sprechen, über eure Ideen für neue Fälle oder Fragen beantworten, worauf ihr Lust habt. Wir können Fotos machen oder einfach nur einen Drink gemeinsam nehmen. Und ja, ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr schon ein Ticket gekauft habt oder es bis zum 12. April tut. Mitmachen könnt ihr auf Instagram. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in dem Post dazu auf Instagram at machtundmillionen. Und den Link dazu packe ich euch auch nochmal hier in die Shownotes. Und ja, das Gewinnspiel geht bis zum 12. April. Viel Glück. Wir freuen uns, euch da vor Ort zu sehen. Toll. Ich freue mich auch. Meet & Greet mit Solvay und Kayan. Das ist doch was ganz Besonderes. Ja, wir hoffen, dass ihr das toll findet. Lasst es uns wissen und macht alle fleißig mit auf Instagram. Dann sehen wir uns spätestens im Mai. Und ja, bis dahin. Hören wir uns. Tschüss. Bis dahin hören wir uns natürlich. Also, tschüss. Ich höre mich aber auch gar nicht so richtig wie sonst. Nee, ich mich auch nicht. Hörst du mich auch? Ja, aber nicht so wie sonst. Irgendwie anders. Hörst du mich jetzt besser? Nee, irgendwas funktioniert hier bei mir eigentlich. Ja. Jetzt. Jetzt sag mal. Äh, hallo, hallo? Nee. Nee? Jetzt? Nee. Jetzt, jetzt, ich höre mich jetzt gut. Ja, genau. Du hörst dich auch. Ja, und jetzt höre ich dich auch. Ja? Ja, Solvay, ich höre dich. Ich höre dich. Super, jetzt kann es losgehen.